Bhagavad-Gita, erstes Kapitel, Vers 19 Der Klang der verschiedenen Muschelhörner wurde tosend, und da sowohl der Himmel als auch die Erde erbebten, zerriss er die Herzen der Söhne Tritarashtras. Erklärung Als Bhishma und die anderen Krieger auf Seiten Duryodanas ihre jeweiligen Muschelhörner ertönen ließen, gab es auf der Seite der Pandavas kein Herz zerreißen. Vorkommnisse dieser Art werden nicht erwähnt, doch in diesem Vers wird gesagt, dass die Herzen der Söhne Tritarashtras von den Klängen zerrissen wurden, die auf der Seite der Pandavas ertönten. Dies ist auf die Pandavas und ihr Vertrauen in Shri Krishna zurückzuführen. Jeder, der beim höchsten Herrn Zuflucht sucht, hat selbst inmitten des größten Unheils nichts zu fürchten.